hey ihr beutlichen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von die sims ja ihr lieben in der letzten folge haben wir irgendwas ganz tolles gemacht woran ich mich nicht mehr erinnern kann ja auf jeden fall habe ich gerade nachgesehen wir müssen noch mit beutlichen ein sachbuch schreiben und das buch abnehmen lassen aber ich habe eine mission bekommen und zwar wartet mal da muss ich erst mal auf dem anderen charakter die helia ist nämlich gerade arbeiten soll sie ruhig bisschen geld nach hause bringen wir sollen um das kalli energie geladen das wurde sich von der kalli und dem beutlichen gewünscht besser gesagt von der kalli das kalli sie einfach mal umarmen sollte und das werden wir jetzt auch machen action und da freut sich das beutlichen ernsthaft geht jetzt ah falsche person ähm nein wir hatten es doch gerade es doch nicht wahr ey beutlichen du hast es voll verkackt gerade wo kalli das machen wollte was wir machen jetzt aber und action kürbe russ oh guckt euch das an oh guckt mal wie das beutlichen sich da freut da freut sich das da die beutlichen da schicke ich ihr nachher oh ist das knuffig wenn kalli mal ausnahmsweise das beutlichen umarmt freut sich das beutlichen und die kalli lasst uns mal gucken ist leicht sie muss leider über den schatten springen da muss die kalli leider über den schatten springen und dann kommt so ein blick heraus ähm na schön kalli hast du fein gemacht guck mal jetzt quatschen sie miteinander oh die kalli muss ja bald arbeiten aber kalli geht es soweit in ordnung und wir haben auch in der letzten folge hört auf zu quatschen ähm die taucherausrüstung geholt kalli wird aber nochmal das buch schreiben schreiben weiterschreiben kalli sieht nicht sehr interessiert aus und weg okay dann setz dich da ran kalli meine gute du musst ja guck dir fernsehen ja guck dir den fernseher an ich weiß gar nicht wenn ich das spiel ausmache ob die sims dann weiterlaufen gelegentlich habe ich doch schon das gefühl dass die u plötzlich irgendwo stehen und sich selbstständig machen gut die helia müsste bald nach hause kommen wenn sie nach hause kommt äh könnte sie sich auch erstmal was essen machen für das beutelchen natürlich auch sonst verhungert das beutelchen und das wollen wir ja nicht dann äh wird sie sich was zu essen machen ach das machen wir dann warum bist du denn beschämt von kollegen konfrontiert ja das ist jetzt ein bisschen böse das hatten wir glaube ich in der letzten folge da haben wir ja den einen kollegen angeschwärzt weil wir es konnten und beutelchen nein scottie du npc nein beutelchen stinkt vor sich hin wobei du kannst ja mal schnell bahn gehen auf klo und dann schreiben schreiben weiterschreiben sachbuch und action bitte ich freue mich ich freue mich wenn wir endlich weiter bauen können und ich muss mal kurz ein cut hier machen ihr lieben da werden wir auch wieder hat gerade geklingelt da musste ich mal kurz ran wollte ich halt wieder mal alles dreckig gemacht essen bekommst du auf jeden fall hier kommt ihr jetzt gleich nach hause da ist doch die gute helia hey mädels ich habe geld rangebracht guckt mal und die helia braucht dann spaß und wir müssen spiele spielen ich bin verspielt programmierung alles klar kanal schauen comedy danach lernst du bitte das schaffst du programmieren üben und wenn es geht kannst du das essen gerne beim fernseher gucken mache nehmen zu dir nehmen setzt dich hin das geht auch doch sehr schön beutelchen essen fassen was ist denn das jetzt schon wieder raus nahrungsspende nicht bei mir ich mache auch die tür dicht ich entferne diese freutelchen du kannst dich auch hier hinsetzen kalli ist da kalli fisch mir auf nein komm du darfst dir auch was zu essen nehmen jetzt ist sie glücklich wenn sie zu hause ist kalli immer glücklich ich glaube das wären wir alle die quatschen ja gar nicht jetzt was ist los mit euch so beutelchen du bist mir danach wieder zu gnädig und weiter üben äh weiter schreiben geht ja dann ernst gut lass unten stehen was machen wir mit der kalli brauchen eindeutig noch ein sessel oder sowas damit wir zu dritt oder ein größeres sofa die ist so ein bisschen müde aktuellen kanal schauen kommen adi oh falsche person nein aktuellen kanal schauen jetzt wissen alle dass wir da sind schande über dich hab ich jetzt drauf geklickt dass sie das aufräumen soll hier guck mal mach das auch weg wie lange habe ich dafür zeit hier ja ja macht mal ihr kommt eh nie wieder rein hier gut dann gehst du eben tier ran mensch wer denkt doch nach immer pullern aufwischen programmierung üben ja sorry habe ich jetzt nicht gesehen dass kleine helia pipi machen muss natürlich rein essen hier das ist irgendwann auch gut ja und üben müssten wir beide eigentlich haben das nenne ich ein richtig geilen fernseher ich glaube ich glaube ich bin ganz zufrieden mit dir an kunden abnahme schicken dann haben wir mit beutelchen das soweit erreicht und haben geld beutelchen bringt wirklich das meiste geld rein ja beutelchen darfst schlafen gehen gut kalli wird er als erstes aufwachen das wird alles nicht ja komm geh auf klo ja ja nee brauchst du nicht das schaffst du auch so helia wird noch ein bisschen üben sie ist ja eh gleich fertig mit schreiben und dann bekommen wir vielleicht bisschen mehr geld oh wir haben ja morgen eh frei ich mit dem mediz irgendwas machen ja ich glaube wir könnten verreisen sehr schön level abgeschlossen 75 prozent nur abgeschlossen ja komm wobei du kannst auch erst mal aufräumen aufräumen ja was denn jetzt passiert abgeschlossen nice ich glaube das essen wird eh vorher schlecht oder steht irgendjemand von euch auf wir lassen das mal los ab ins bett mit dir also sie noch mit chile guckt sie sich erst mal den bären an kalimus pipi und ganz trinkbaren beutelchen ist auch soweit dann einmal das aufholen warum immer auf klo kalli bei kalli schmeckt es halt am besten also wird sie uns wieder was leckeres machen wobei beutelchen eigentlich jeden augenblick aufstehen könnte moment wartet nein bahn war schon richtig bahn war richtig kochen margarini und beutelchen kann ruhig das mal aufräumen ich würde nie frühmorgens so aufstehen wollen guck mal wir haben schon fast 5000 es wird ähm 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 die star und denkt sich auch wie ist denn aber beutelchen ist wenigstens glücklich was willst du machen ja dann ließ den fief ras sagen wir mal ob wir mit den mädels was ist alles passiert hat sich irgendjemand in die hose gemacht oder warum kam dieses geräusch was was heute ernsthaft aufräumen ich überlege ja ich überlege wir haben glaube ich so einen scheiße was haben wir hier kaufelmaschine kaufelmaschine alter was hat was haben wir hier güterfestplatte kaufflasche ähm komm wir kaufen uns den den kühlschrank hier und gut isst äh hallo dann wird hier irgendwas ach gali fortsetzen gottseidank wenigstens einer ha gut beutelchen Gericht annehmen. Helia Gericht annehmen. Und währenddessen kann ich das gute Stück Was für eine Musik. Gut, hat uns jetzt ein bisschen Geld gekostet, aber naja. Ach so, verstehe. Ich glaube, da kommen die beiden Mädels nicht ran. Gericht nehmen, Beutyschirn. Gericht nehmen, los. Zack, zack. Alter, ist das eine Saubude. Mädels, setzt euch. Wir müssen mal so ein bisschen mit der ins Gespräch kommen. Blah, 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 blah. Mampfen wenigstens die beiden Mädels. Freunde. Freunde. Oh ja. Oh ja, die beiden müssen mal miteinander quatschen. Und das andere? Und das andere? Das hat mich jetzt so getroffen. Oh, Kali, warte mal. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich das weggeräumt. Nein, nein. Aus. Jetzt habe ich gerade so getroffen. Wir müssen Freunde werden mit der Kali. Oh, das war, glaube ich, oh Gott, ich dachte gerade. Kennen wir? Nein, Beutelchen, du bist erst mal, äh... Oh, wir sind gute Freunde geworden. Beutelchen denkt an sich selbst und ihre Weltherrschaft. Gut, lasst mal gucken. Hedia, geh mal Pipi machen. Und geh dich am besten mal bahnen. Ja, bleib doch nicht immer das, wie angewurzelt stehen. Lass die Leute doch pinkeln gehen. Nein, was... Mit drei Leuten... Klopf, klopf willst du hier... Äh, pink gehen und... Hab sie endlich zum Regen gebracht. Ja, redet. Ja, endlich. Eine Seltenheit. Nein, rede weiter. Och, Mann. Da bekommt man die Beine mal zusammen, aber... Naja, Hedia müsste mal auf Klo. Beutelchen, soweit auch. Äh, nein, nicht auf Klo, aber wir könnten mal wieder gucken nach... Nee, ich glaube, wir unternehmen mal alle was. Oh, Gali, da steht doch Wasser. Wir werden mal... Oh, ich das erst mal... Sibahn. Umarmung ging gerade gut, freundlich. Eine Wunderung ausdrücken. Dass Kali hier den ganzen Haushalt schmeißt. Ja. Das Bild gehört eigentlich auch zum Album. Das ist wunderschön. Wir können miteinander reden. Was ist denn du? Kenne ich nicht. Kenne ich wirklich nicht. Oh nein, Helia. Das war sicher Kali, oder? Reparieren. Hier, komm, dann kannst du auch mal kurz... Nein, ich ver... Säubern. Aufwischen. Und dann könnten wir eigentlich alle mal... Fessende Geschichte erzählen. Gut, sehr schön, dann haben wir wenigstens zwei, die sich miteinander vertragen. Und die ignorieren wir eiskalt. Haben wir eine Hintertür? Scheiße, nein. Sollte ich... Ach, Kali. Warte mal, wir haben doch eine Kaffeemaschine gehabt. Acht, Zuverlässigkeit, fünf, Umgebung, zwei. Dann bringt uns das mehr. Schalte dies auf Level 3, da taucht Karrierefrei. Oh, nice. Sehr schick. Was es auch immer sein mag. So, ich wollte eigentlich mit euch ein bisschen verreißen. Aber kein Helia säubert da noch. Dann können wir eigentlich gleich, wenn die beiden fertig sind, oder zumindestens die Helia eine Runde verreißen. Perfekt. Der und mit der und... Wir verreißen... Kann man das auch vielleicht zusammen machen? Ob man zusammen vielleicht... So, wartet mal. Dann wollen wir mal... Die Kali... Ja! Gut, Beutelchen geht's spielen. Die beiden Mädels müssen sich auch mal ein bisschen kennenlernen. Ich bin wegen einer Sache hier. Ich hoffe... Glaub, Beutelchen. Oh Gott, was ist das? Fischwederin? Ach du ja! Die hab ich erstellt! Fischwederin? Unwichtiger Nebencharakter? Stimmt! Ich dachte gerade, was läuft denn hier für eine Aktion? Alter, hab ich ja... Habe ich ja total vergessen. Beutelchen? Komm, geh mal angeln! Komm, geh mal angeln! Äh... Ihr verwirrt mich jetzt ein bisschen, Mädels! Gut, Beutelchen! Du brauchst nicht da lang gehen! Ich würde gerne... Ich würde gerne... Wo ist denn eigentlich hier hin? Ich muss gerade kurz überlegen. Wo hab ich die denn reingesteckt? Wo bist denn du? Gut, dich kenn ich auch nicht. Ähm... So... Was versuche ich denn da? Tja, geht wohl ein bisschen schlecht, ne? Lass mal gucken. Wo ist denn die Kalli? Die Kalli will... Hier freitauchen. Wo ist denn hier freitauchen? Da hinten. Musche? Nein! Auch Ausrüstung? Nö... Hier freitauchen. Soll Kalli mal machen... Was haben wir denn hier? Da, Helia! Segemeine Runde! Und Beutelchen geht schnorcheln. Was? Nein! Hier hinreißen will ich nicht. Was ist das? Das sind sicher Toiletten. Ich werde da trinken, wenn ich so weitermache. Nein! Kalli, halt die auf! Kalli,ッ schnappen es dir... Los! Nein! Nein! Ich hasse Menschen... Schade! Ich dachte man kann... Nee, man kann irgendwie mit den Leuten, nicht mit den Leuten, sondern mit den Leuten Gelfinen tauchen gehen. Reutchen geht. In der Schlange. Was ist denn eine Schlange? Reutchen, du musst doch gar nicht. Ich weiß gerade nicht, wo ich eine gewisse Person hin platziert habe auf der Karte. Wir könnten einfach mal gucken. Residenzbesuch und hier mit den beiden Suppenhühnern. Und dann bin ich mal gespannt, ob die da noch drin sind. Übrigens, Sims hat ein neues Design. Da! Ja! Was sind denn die anderen beiden? Da! Wie sah das für eine rote Nase? Das habe ich gar nicht gemacht. Hier, Leute, lauter Tiere! Ja! Freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Kali. Kali. Und mal einfach dir hier. Freundlich vorstellen. Und den lassen wir einfach beiseite. Was sind denn die anderen beiden Mädels? Die müssten doch eigentlich... Ah, verstehe. Also, sie gibt es... Die gibt es doch hier. Reutchen! Was machst du da? Ich dachte eigentlich, man kann mit den Sims noch in ein Tierheim fahren, aber ich glaube, das ist so nicht machbar. Oh, ist krank! Och, Mensch! Euch geht's einig gut, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, denen geht's eigentlich gut. Ich glaube, ich hau ab. Ich würde nämlich gerne Beutelchenhund beschaffen. Und dachte mir, wir können hier einen von denen uns befreunden. Aber ich glaube, da müssen wir noch richtig dicke werden. Ja, Mädels, sie braucht einfach zu lange. Beutelchen muss aufs Klo. Hä? Hallo? Nach Hause. Alle drei. Los! Ach, komm. Los, Heda. Wo bist du? Sie läuft auf jeden Fall. Ich glaube, denen geht's eigentlich gut. Ich habe die einfach nur reingesetzt und habe kein Katzenklo, kein Essen, nichts von dergleichen. Da sollte ich das offline nochmal machen. Samurai? Samurai? Samurai. Äh. Lass dir Zeit, Helia. Kein Ding. Aber warum hat das Vieh eine rote Nase? Das habe ich gar nicht eingestellt. Adoptieren. Ein Ball im Inventar befinden? Ein Ball. Ab nach Hause. Ein Ball? Wie kann ich denn bitte, ähm, mir einen Ball besorgen? Hundi, ich komme bald. Oh, ja. Gut, dem Ball geht's soweit in Ordnung. Gut, das heißt, wir müssen ganz dringend einen Ball holen. Helia, machen wir euch schneller. Ja, danke. Und dann hätten wir vielleicht schon das ein oder andere Haustür für Beutelchen. Ich hoffe, die Fischer überleben so lange. Einen Ball. Einen Ball. Ich hoffe, es sind bei meinen sie. Fußball? Nein, falscher Knopf. Einfach weil ich Screenshorts brauche. Äh, Beutelchen ist da hinten. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, werde ich hier einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge werden wir mit Beutelchen nochmal zu den Tieren hingehen und das ein oder andere adoptieren. Ich bin mal gespannt, was daraus wird und welche Tiele, Tiele, Tiele besonders. Ja. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.